Bevor ich die Sitzung eröffne, meine Damen und Herren, muss ich zum wiederholten Male darauf hinweisen, dass wir letzte Woche wieder von furchtbaren Terroranschlägen weltweit Kenntnis nehmen mussten. Ich möchte den Opfern unser tiefstes Mitgefühl aussprechen und gehe davon aus, dass die Schweigeminute, die wir eben eingelegt haben, auch diesen Opfern gilt. Wir befinden uns die Kommunikation, keine Gespräche vor der Notifikation. Die Europäer muss sich wiederholfen. Die Wahrheit ist, dass die Europäische Bürger nicht gegen die Europäer sind, sondern gegen diese Europäer. Wir befinden uns die Kommunikation gegen eine intergovernmentalische Verkaufnahme, das ist absolut nicht akzeptabel. Die Politik geht um die Verkaufnahme. Und es gibt eine Verkaufnahme, dass die Entscheidungen erhöht werden von fünf Männern, die sich in einem Raum befinden, die sich in einem Raum befinden, die sich in einem Raum befinden. Ich habe nur noch Verachtung, muss ich Ihnen sagen, für die Verracht, die Le Pens dieser Welt, die kleine Leute gegen kleine Leute und gegen schwache aufhetzen. Für die erste Mal in der Europäischen Union historie haben wir 1500 Menschen starken Reaktion force, mit der Bördergeber. Die FDP-Fraktion begrüßt das Programm der Presidentschaft. Wirtschaftliches Wachstum steht im Mittelpunkt. Wettbewerbsfähigkeit, digitaler Binnenmarkt, Energieunion. Es kann nicht sein, dass der Konditormeister in Straßburg oder Karlsruhe seine Steuern bezahlt, international tätige Ketten und Konzerne allerdings nicht. Die Kommission, therefore, stärker unterstützt den Objektiv der Protektion des Wälderblöwers. Es skandaloso, dass die Luftleaks-Leaks-Leaks-Leaks-Tür und Halle wurden beendet, während die corrupten nicht sogar beendet haben. Warum müssen die Anleitungen sich in der Verkaufnahme zu sein? Oh, doch, das ist ja.